Musik Meine sehr geehrten Damen und Herren, für unsere Videokolumne Kaisers Klassikkunde stellt Herr Lukas Macke folgende Frage. Sehr geehrter Herr Professor Kaiser, eine Klassikfrage brennt mir unter den Nägeln. Warum gilt Wilhelm Furtwängler als vielleicht größter Dirigent aller Zeiten? Darauf meine subjektive und ganz überzeugte Antwort. Für mich war Wilhelm Furtwängler nicht nur der größte Dirigent, sondern vielleicht sogar der größte Musikinterpret, der je gelebt hat. Das geht mir beim Schallplattenhören heute noch so. Wenn ich alte Furtwängler aufnahm, er starb ja schon in den 50er Jahren, wenn ich die höre, denke ich am Anfang, Gott, na so viel besser als die anderen, ist es eigentlich auch nicht. Im Gegenteil. Und plötzlich hat er einen wieder. Und warum hat er einen? Weil es ihm entschieden und sozusagen exzessiv um das Ganze ging, um die Gestalt der Sache, um die wirkliche Wichtigkeit einer großen Inspiration. Darin war er ungeheuerlich. Er hatte es nicht nötig, lauter kleine, hübsche, gefällige, expressivo Wirkungen zu holen, sondern er wusste, um was es sich dreht. Und er machte das so, dass er manchmal taktweise verhältnismäßig ausdruckslos blieb. Aber seine Ausdruckslosigkeit war dann ausdrucksvoller als bei vielen anderen, wenn sie sich noch so sehr mit dem Espressivo überschlagen. Er hat zum Beispiel das Adagio der vierten Symphonie von Beethoven so dirigiert, dass er das ruhige, schöne, edle Es-Dur-Thema, das da immer wieder kommt, vollkommen still und gleichsam unbehelligt erklingen ließ und den Ausdruck immer in die Zwischenspiele gelegt. Und die Folge davon ist, dass dieses Thema hinreißend wirkt und das Ganze trotzdem spannend ist. Ich habe mal den Herbert von Karajan, als er mir sagte, er wolle einen Bucher Dirigenten fragen, schreiben. Ich habe den Herbert von Karajan mal gefragt, sagen Sie mal, was würden Sie über Furtwängler schreiben, denn Furtwängler war kein sehr guter Kollege gewesen und die beiden hatten sicherlich ihre Schwierigkeiten miteinander. Ich fragte es Ihnen also ganz unschuldig. Und der Karajan antwortete mir, wissen Sie, ich würde schreiben, Furtwänglers Zögern war so wichtig und so toll. Naja, das kann man doppelt verstehen. Zögern heißt ja, jemand will sich nicht entschließen. In Wirklichkeit ist es so gewesen, dass der Furtwängler ein bisschen wie ein Medium da stand, einerseits unentschlossen, andererseits seiner Sache ganz sicher und dann fast wie auf eine Art Befehl anfing zu dirigieren. Nach Langwarten. Das ist mal in Mailand passiert, da wartete er auch so und irgendein junger Italiener dachte, um Gottes Willen, der alte Herr, und schrie, Coraggio, Maestro, also fang doch endlich an, haben Sie ruhig Mut. Na, er hatte schon Mut und fing dann an. Also dieses Warten, diese Unsicherheit, die ging sozusagen als mediale Größe in seine Kunst ein. Und dann kam noch etwas, das war seine seltsame Schlagtechnik. Er hatte so zitternde Hände und die gingen langsam herunter und kein Mensch wusste, woher wissen die Berliner Philharmoniker, wie sie darauf einsetzen sollen. Und wenn man die Philharmoniker fragte, ich kannte den Geiger Thomas Brandes und manche anderen gut, wenn man die fragte, sagt man, Kinder, wie setzt ihr denn da ein? Dann machten sie die tollsten Witze. Sie sagten, passen Sie auf, wir setzten ein, wenn er bei dem dritten Knopf seiner Frackweste angekommen war. Und manche sagten, wir setzten ein, wenn wir nicht mehr warten konnten. Aber sie setzten doch ein und die Einsätze hatten eine ziemliche Gewalt. Theodor W. Adorno, der Furtwängler, auch ungeheuer verehrte, schrieb trotzdem mal gehässig, Furtwängler könnte der allergrößte Dirigent sein, wenn er zufällig dirigieren könnte. Mit einem Wort, seine Dirigiertechnik war sicherlich anfechtbar. Nur, wenn man Proben von ihm hört, es gibt ja Probenaufnahmen, 1948 aus Stockholm, da probte er die dritte Leonore über Türe und ist ganz genau exakt und sagt genau, was jeder machen soll und ist auch vollkommen rhythmisch. Es stimmt also nicht, dass er sein Metier nicht wirklich beherrschte. Er ließ es nur nicht so merken. Es gibt eine berühmte Anekdote, da baten ihn die Philharmoniker mal bei einer schwierigen Stelle, Herr Doktor, er ließ sich komischerweise so gerne Doktor nennen, also wenn ich Furtwängler wäre, würde ich lieber Furtwängler nennen lassen als Doktor, aber bitte, er bestand darauf, sie sagten, Herr Doktor, schlagen Sie das doch mal ganz genau und hart durch, damit wir die Sache üben und richtig können. Und das tat er, das war für ihn etwas Leichtes, er schlug das durch und sie spielten es und alles kam sehr schön. Und dann fragten sie ihn nach, wie hat es Ihnen gefallen? Dann sagte er, überhaupt nicht, ich fand es so scheußlich direkt. Und daran denke ich oft, wenn ich gegenwärtig in Konzerten sitze, wo alle wunderbar klar schlagen und alles kommt so scheußlich direkt. Es kommt noch etwas hinzu, was ich meinen jüngeren Hörern sagen muss, das wissen nur die mittlerweile ganz, ganz Alten. Furtwängler war vielleicht nie besser als während der Kriegsjahre. Es gibt Aufnahmen von ihm, die Eroica von 1942 oder die 9. Symphonie von 1944 oder eine Aufnahme der großen C-Dur-Symphonie, die gehören wirklich zum Allertollsten, was selbst er gemacht hat. Da fällt man also vor Bewunderung und Erschrecken um, weil man es versteht, solche Musik zu hören und sich nicht an kratzenden Nebengeräuschen und uralten Schallplattenfehlern stört. Ich glaube, es lag daran, dass damals, also als der Krieg zu Ende ging und alle wussten, es ist aus. Und der Furtwängler selber wurde ja vom deutschen Bürgertum doch als Inbegriff sozusagen eines Antifaschisten empfunden, weil er es gewagt hatte, sich schriftlich in der Deutschen Allgemeinen Zeitung gegen Goebbels aufzulehnen und dessen Kulturpolitik angriff und sich für Hinde mit einsetzte und so weiter und so weiter. Aber natürlich gelegentlich auch mal vor Hitler dirigierte, was man ihm heute noch vorwirft. Immerhin, während des Krieges, als man nicht wusste, ob man die Nacht überleben wird, als man nicht wusste, ob der nächste Tag für einen kommen wird, da steckte natürlich in jedem Konzert eine solche Entscheidung und ein solches Maß an seelischem Gewicht, das war später nicht mehr zu haben. Heute überlegt man sich, wo gehe ich dann nach Essen und ich gestehe gerne, mir sind die heutigen Zeiten in der Hinsicht sehr viel lieber als die damaligen Kriegszeiten, in denen ich auch schon Konzerte besuchte. Aber was dabei in Interpretationen rausgekommen ist, das ist toll. Wer sich für Furtwängler interessieren will, dem rate ich sehr, sich um die Brahms-Interpretation von Furtwängler zu kümmern, zweite und vierte Symphonie, auch die dritte überwältigend, sich mit Furtwänglers Beethoven auseinanderzusetzen und seine vielleicht allerschönste Aufführung, nämlich die große C-Dur von Schubert nicht zu verschmähen. Dass er außerdem noch einen Tristan gemacht hat, der seitdem nicht überholt worden ist, auch von Lörnstein nicht, sei nebenher erwähnt. Übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur ich rede so ein bisschen zu begeistert über Furtwängler, wie Sie wahrscheinlich finden werden. Barenbäum, Claudio Arbado und Christian Thielemann bezeichnen den gleichen Furtwängler, der am Ende seines Lebens und in den 50er Jahren noch häufig angegriffen wurde, als ihr großes Vorbild. Und der wahrlich auch große Toscanini hat gegenüber Furtwängler eigentlich keine Chance mehr. Schönen guten Abend.